Also ich aktuelle das hier ist Navi Links abbiegen und nicht einfach in die Gegend Ja das ist links Ja das ist links Links Bruder was ist bei dir links Das ist nicht links Ok das passt er ist auf den richtigen Die ausfallen irgendwie Ich meine Wir fahren in die falsche Richtung Andere Richtung umdrehen umdrehen Los ja 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 Alter ich will in den Swoop mitfahren Ich bin ein Bus gefahren Können wir bitte nicht schießen Übrigens F um Zipz zu wechseln Ah ich bin im Zug ihr Opfer Later Later Fucking later Es gibt hier kein Radio Es gibt hier kein Radio Es ist ein Gefängnisbus Das erwartest du Radio? Über hier hat alles Radio Selbst ein fucking Gavjet hat ein Radio Ok gutes Argument Ein Leute Mein mein Typ schaut halt schon richtig genervt Nein Aber halt richtig genervt Ich möchte anmerken Das Flo meint es geht Nein Ja knapp Nein Ich muss in nichts Ich meine Ich möchte sagen Das geht schon Leute Das geht schon Ihr fährt halt stock voll in den Truck Stock voll Leute Leute Ihr habt alle eine Einladung Alter habt ihr luck gesoffen Sag halt was du Gag Ja moin Ja guck sie haben ein geiles Auge im Video Hey das ist immer im kompletten Raum mit Accessoires What Wie heißt Reinge Cache Das heißt Das heißt Äh joa Also so hatte ich mir das jetzt nicht vorgestellt Muss ich sagen Er ist wirklich hundertprozentlich Das haben wir einfach Passanten gegeben Die sind einfach vom Himmel gefallen Die sind einfach vom Himmel gefallen Und meinten so Bruder nimmts einfach Ah der steckt vorne an Alter du hast nen Ladevorgang Wenn du die Basis betrittst Geht oben Hahahaha 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 Hey Brudi ich bin Experte Was das Fliegen angeht Ah vielleicht auch nicht Hahahaha Hahahaha Junge da steht nen Surgeon im Weg Da steht nen Surgeon im Weg Da steht nen Surgeon im Weg Danke Hahahaha Hahahaha Es geht wie eine 1 Der mythende Axtmörder Ja äh Timmer hat das mal ein Video hier Äh äh nicht schießen Das ist unwert Das tut man nicht Hier kommt der Axtmörder Hier kommt der Axtmörder Axtmörder Oha mit der Zuhälter Schelle Wer kommt der nicht Er ist sicher dass du ne Heli angefordert hast Du hast keine Flex du Hahahaha Also ich hab's nicht versucht Hör ich denn das griff notlanden Ok ne war das in die falsche Seite Das ist keine Das wird ne Notlandung Alter aber Hahahaha 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 Ja jetzt aber Hahahaha 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 Du, ich ruf mal meine Versicherung an, ne? Oh, oh, Kelsey Grammar. Not even close. Edgar Allan Poe. Why did you get one right? Feed round. Name 10 things that aren't Jackie Chan. Toothpaste. Pizza. Lamps. Jackie Chan. Gern mit dem Ding. Ich, ja. Ich, tank' grad eh den Heck, ja. Das ist ganz beschriebig. Damit dann nach rechts weg. Chan, du konntest doch einfach Key Lock hernehmen der Tastatur, die du kannst und du kannst eh deafenPC rein. Alter ich bin frei, ich bin erlös. Ey, Max, wo betankt man eigentlich deinen Tesla? Äh, in der Tankklappe. auf dem motor drauf auf dem motor der auch knistert ich danke ja sagt was du hast ah ok da neues auto das ist ja nice danke neuer hupe er hat euch das Spiel gekillt jawohl ich bin raus an der Läde wie war das F halten jetzt schießen lol ja